Im heutigen Video schauen wir uns den grandiosen Metaverse-Partner von Vivi an, der mehr oder weniger absichtlich oder nicht absichtlich auf jeden Fall hier an dieser Stelle geleakt wurde. Außerdem gehen wir nochmal auf den Mint-Hack ein, der ja auch so eine Runde gemacht hat und definitiv hier nicht zu unterschätzen ist. Wir schauen uns das ganze Thema heute nochmal an und ich gebe euch meine Meinung zu dem ganzen Thema. Jetzt würde ich aber auf jeden Fall sagen, let's go ab ins Video. Willkommen an Bord, ich bin's dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du auf jeden Fall da draußen nicht verpassen solltest. Deswegen abonniere auf jeden Fall sehr gerne meinen Kanal, wenn du das noch nicht getan hast, denn so bleibst du auf jeden Fall immer auf dem Laufenden, was die wichtigsten News um Vivi betrifft. Jetzt würde ich aber sagen, let's go ab ins Video. Und ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle mit dem Thema, nämlich vom letzten Mal, beziehungsweise aus dem letzten Video. Und hier gibt es nämlich ein kleines Update und zwar handelt es sich tatsächlich hier anscheinend nicht nur um einen Bug, was diese ganzen Random Mints angeht, sondern tatsächlich anscheinend um einen Hack. Das heißt, irgendjemand hat hier einen Weg gefunden, das Jobsystem so zu hacken, so laut meinen Informationen jedenfalls, dass man sozusagen sehen konnte, welche Mint man bekommt, bevor man das Ganze gekauft hat. Das ist natürlich ein Hack, der einem selbst erlaubt zu sehen, okay, ja, möchte ich jetzt die Mint habe oder nicht und kann dementsprechend selbst fast auswählen, was für eine Mint man haben möchte. Nun ist aber tatsächlich jetzt auch ein weiteres Wallet aufgetaucht, was an dieser Stelle, ja, an diesem Verdacht einfach erhärtet, dass es sich hier nicht nur um einen Bug handelt, sondern wirklich um einen Hack. Und wer weiß, wie viele Leute das sonst noch ausgenutzt haben oder das Ganze hier auch benutzt haben. Wir können uns das Ganze ja mal anschauen. Hier zum Beispiel, dieses Wallet hatte zum Beispiel jetzt hier auch einige Mints. Und wenn wir uns die Mints dann mal anschauen mit den Mint-Nummern. Wir haben hier zum Beispiel eine Mint 41. Ist ja prinzipiell jetzt erstmal nicht so schlimm, beziehungsweise, ja, man kann einfach mal Glück haben. Schauen wir uns doch aber das nächste Collectible mal an. Und hier haben wir wieder Mint 41. Das wird so langsam ein bisschen creepy und ein bisschen scary, ehrlich gesagt. Schauen wir uns das nächste Poster an. Mint 41. Da kann irgendwas nicht so ganz richtig sein, ehrlich gesagt. Also so viel Glück kann man dann an dieser Stelle doch nicht haben. Oder schauen wir uns zum Beispiel auch das Zepter an an dieser Stelle. Ja, nicht ganz Mint 41, aber auf jeden Fall nah dran mit Mint 71. Und das waren so ungefähr die letzten Sachen, die er hier gebindet hat. Also ja, schon ziemlich offensichtlich eigentlich, dass hier irgendwas im Spiel sein muss, was ihm einen Vorteil verschafft hat. Wie viel weiß davon Bescheid. Und ich denke, viele Leute, die sich nochmal mit den Onchain-Daten hier an dieser Stelle beschäftigen werden, werden vielleicht auch noch viele, viele weitere User hier an dieser Stelle entdecken, diese melden. Und dann wird natürlich der Account an dieser Stelle sofort gesperrt. Was natürlich hier an dieser Stelle die Frage ist, wie kann man diesen Hack verhindern. Das heißt, wie kann man auf jeden Fall an dieser Stelle hier im Prinzip das Ganze verhindern, dass Leute wissen, was für eine Mint sie haben. Meiner Meinung nach ganz einfach die Lösung, das nächste Job-System bzw. das neue Job-System, was ja tatsächlich auch schon relativ weit fortgeschritten ist und was hoffentlich Ende des Monats dann auch noch kommen wird. Kommen wir doch nun aber jetzt auf ein sehr viel erfreulicheres Thema zu sprechen und zwar nämlich auf den Metaverse-Partner von Vivi. Und zwar geht es ja hier nämlich um das Vivi-Verse. Und hier würde ich sagen, schauen wir uns an dieser Stelle erstmal ein Video an, was überhaupt mich persönlich jedenfalls über Kyle Wilson an dieser Stelle hier überhaupt auf dieses Unternehmen gebracht hat. Und mir gezeigt hat, wie interessant das Ganze doch auch für Vivi ist bzw. das ist hier auch der exklusive Partner von Vivi, was das Metaverse angeht. Wir schauen uns das auf jeden Fall direkt mal an. Und ja, wenn man natürlich hier auch dieses Video wieder sieht, wir sprechen an dieser Stelle wirklich von sehr, sehr guter Qualität. Bei euch kommt die Qualität auch nochmal deutlich schlechter an, wie es bei mir jetzt hier aussieht. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, das ist wirklich schöne, schöne Qualität, was wir hier bekommen. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel auch den T-Rex und ja, der sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus, muss man einfach so sagen, grafisch eine sehr, sehr gute Leistung. Und ich freue mich auf jeden Fall auch, ja, meinen T-Rex dann irgendwann dort stehen zu haben. So, kommen wir jetzt aber auf das Metaverse-Thema wirklich auch zu sprechen bzw. auf die Firma zu sprechen, denn die ist wirklich sehr interessant. Schauen wir uns doch erstmal an, was für Partner die haben bzw. hier auf jeden Fall welche sie auf jeden Fall unter anderem mit unterstützen. Und zwar ist nämlich hier natürlich VIVI mit dabei, ganz klar. Sie haben aber zum Beispiel auch Epic Mega Graphics mit dabei, sie haben hier NVIDIA mit dabei, sie haben hier CESIO mit dabei, sie haben hier Meta mit dabei. Das ist schon sehr interessant, was für Firmen diese hier an dieser Stelle unterstützen, aber auch das ganze Konzept hinter dieser ganzen Firma ist einfach sehr interessant. Denn VIVI hat ja angekündigt, dass es Plugins geben wird, womit wir im Prinzip die Möglichkeit haben, wenn wir programmieren können, wovon ich jedenfalls am Anfang ausging, dass man dann Erweiterungen in dem VIVIWERS selbst hinzufügen kann. Das Ganze wird aber wahrscheinlich noch sehr viel einfacher, denn sie bieten hier nämlich unter anderem auch Funktionen an, wie zum Beispiel Low-Code-Plugin. Und das ist für die Leute, die jetzt nicht wissen, was das Ganze ist, im Prinzip eine Funktion, dass ihr ganz einfach und simpel schon bestimmte Dinge vorgegeben habt und ihr die individuell kombinieren könnt. Zum Beispiel eine Animation für den T-Rex noch extra hinzufügen könnt durch gegebene Einstellungen, die halt schon vorhanden sind. Also hier kann man im Prinzip super individuell dann auch Plugins gestalten bzw. sein VIVIWERS eigenständig erweitern. Wahrscheinlich auch noch mit wirklich auch dann Codes, die man dann selber hinzufügen kann für alle Leute, die dann noch ein bisschen mehr haben wollen. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Vorteil. Und auch generell, ja, gibt es auf jeden Fall hier eine Menge, Menge Sachen und auch Features, die sie anbieten. Das heißt hier wirklich alles Mögliche an Grafik zu unterstützen, dass das Ganze wirklich über den Cloud-Dienst gemacht wird. Also im Prinzip alles, was dieses VIVIWERS auch schon gesagt hat, aber wirklich hier nochmal auf Ende Seite festgehalten. Und das hört sich meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Ich war eigentlich, mir hat auf jeden Fall wirklich auch direkt überzeugt, als ich auf diese Website gekommen bin, dass das hier auf jeden Fall ein guter Partner sein wird für VIVI. Und mit Partnern wie zum Beispiel Meta, Lenovo, Ready Player Me oder auch zum Beispiel NVIDIA, Unity ist das halt einfach wirklich eine super Kombi. Ich werde euch den Link zu der ganzen Sache einfach mal unten in die Beschreibung packen. Ein ganz kurzer Einstunde an dieser Stelle nochmal ganz kurz für diejenigen, die sich jetzt vielleicht fragen, ja, doch vielleicht eine andere Position und so weiter. Und zwar ist mir nämlich gerade was eingefallen bzw. ich habe gerade etwas überlesen. Und zwar steht ja hier nämlich Kavnus, ich kann leider auch nicht aussprechen, Metaverse Connector. Und wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, mit wem hier VIVI dann auch zusammenarbeitet, ja, dann sehen wir Meta. Meta arbeitet ja im Prinzip selber auch in ihrem eigenen Metaverse. Ja, also hier wäre definitiv auch eine Kompatibilität möglich, genauso wie mit Ready Player Me, die ja unter anderem auch hier ihr eigenes Metaverse bauen. Also das heißt, hier könnte auf jeden Fall auch in Zukunft eine Connection zwischen diesen Unternehmen herrschen. Was natürlich auch für Meta extrem interessant wäre mit lizenzierten Collectibles. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deine Meinung, was du in die Kommentare schreibst. Ob du denkst, dass wir hier vielleicht eines Tages unsere Collectibles über diese Plattform im Prinzip auch im Metaverse bzw. bei Metaverse sehen könnten. Schreib es mir sehr gerne unten in die Kommentare. Aber wenn wir uns wirklich hier nochmal das Ganze anschauen. Ja, ich werde euch das Video auch nochmal unten reinpacken, dass ihr das nochmal wirklich in eigener Sache ansehen könnt. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Grafik, muss man einfach ganz klar sagen. Und so wie das aussieht, ist das ja anscheinend auch ein Teil des nächsten Showrooms bzw. vielleicht sogar ein Teil des VV-Verse. Who knows? Oder vielleicht auch das T-Rex-Verse. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ihr dort irgendwelche Ideen habt. Aber ja, ihr seht schon. Also die Grafik ist schon einfach mal deutlich besser im Gegensatz zur normalen VV-App. Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Und ich persönlich freue mich auf jeden Fall wirklich extrem auf die erste Phase des VV-Verse. Hoffentlich noch in Q1 diesen Jahres. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem ganzen Video. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, gibt das ganze Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen wieder genannt. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.